Diese hier angebotene 2,5 Zimmer Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Neuss. Das Objekt verfügt über eine Dachterrasse sowie einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 80 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1250 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020